Der Killer-Hai Es geht um Leben und Tod Und dennoch werden sie immer wieder Tränen lachen Ein amerikanischer Kung-Fu-Meister will die verborgenen Geheimnisse Chinas ergründen Und er lernt mehr kennen, als ihn lieb ist Schmeckt fantastisch, was ist das? Eine der Figuren aus dem Kung-Fu Bruce Lai, der Killer-Hai Das ist Kung-Fu bis an die Grenze des Fassbaren Das ist Körperbeherrschung mit einem Einsatz, wie wir ihn nur von ganz wenigen Meistern ihres Fass erleben können Wer sich hier in den Weg stellt, muss das verbüßen Das ist die Geschichte eines erbarmungslosen Kampfes Dessen Härte sich immer noch steigert, wenn eine Steigerung schon nicht mehr möglich scheint Bruce Lai, der Killer-Hai Fahr los! Gib Gas! Nein! Nein, bist du verrückt geworden! Wollen Sie diesen Film versäumen? Nein! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schauspieler